... nur ihren Vorsprung technisch und konditionsmäßig ausgenutzt, mehr war der nicht. Der André Gottfried, der kann natürlich auch körperlich am Vorsprung aussehen. Eben. Eben, Ebenen, 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 Ebenen! Eben, Ebenen, 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 Erich, du musst ihn, Erich! Kopf hoch! Daniel, Gegner! Nach vorne! Jawoll! Jawoll! trumpet! Jawoll! 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 Ich habe alle Koffe genommen. Ich habe alles gemacht. Ich habe alle Koffe genommen. Ich habe alle Koffe genommen! Ich hatte wirklich etwas über Zugriff ins Spieler. Es regnet, es wäre eine Katastrophe. Hinsicht! Stehen! Zuf! Daniel, keine Angst! Komm weiter! Keine Angst! Sie müssen sich einmal langstellen hier. Sie müssen sich einmal langstellen. Sie stehen alle in der Mitte. Das hat er schon oft genug gesagt. Mach das immer. Jetzt machen wir wieder so kleine Kleinscheine. Der nächste! Daniel, geh mit in! Steht er zum Tor verkehrt. Jawoll! Super Ding! Der hat wieder gepasst, oder? Der hat wieder gepasst, oder? Mhm. Weiter, Jungs! Weiter! Aber eigentlich ist auch nichts daraus, gell? Das ist das? Komm, weiter gehen! Nicht, ob ich rausgespielt wird, sondern... Nur so kannst du es gegen den Größeren noch... Versuchen wir auf Distanz so oft wie möglich. Daniel, die ab! ... und dann rücken, die Jungs! Ruh, ruh, ruh! Aufrufen! 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 Rein laufen in die Rohreihe! Hacence in die Pännologen! Elmer mitgehen! the Fre art! Oh Michael, wie dachte ... ..."Wir machen das!" AT Pues Medicine 6er-752", Do行! Ich spür so weiter! Und woher? Warum nicht gleich so? Nein, das war doch mal fertig jetzt. Ganz ruhig klatschen. Ganz ruhig klatschen. Dafür, dass die Hälfte fehlt, aber dann gut, dass die Hälfte nicht fehlt. Das war ja quasi nur das Wetter. Das Einzige ist, wenn es dann so am Ende des Spiels, das war auch schon gegen Alten, dann spielen alle schnell nach vorne. Dass da einer mal kurz auf den Ball anschaut und mal ein Ballquerspiel sicher mal. Ich meine, da lässt die Konzentration nicht mehr. Da sie hat viel mehr Fehlpass und sonst was. Das ist am Anfang vom Spiel und am Ende vom Spiel. Mittendrin ist es wieder gut. Aber da kommen sie auch noch. Und sie mussten heute sehr viel spielen, weil sie hatten ja nicht wirklich mal einen Wechsel an. Die anderen haben wieder ein komplettes Programm ausgetauscht. Ja, das hat man dann schon bei jedem gesehen. Das merkst du dann. Obwohl die Neustädter genauer abgebaut haben.